da ja was ist besser episch oder legendär eben legendär ja und wo ist diese ja dann los wir haben nicht viel zeit und was machst du zu den kollegen doch oder nicht seit wann hat es im spiel hexen noch nie gesehen ich will auch nur durch ich habe noch nie hexen spiel gesehen ja auf jeden fall wie kann ich gegen die feiten doch 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 Das ist wirklich scheiße dumm, wenn ich da wieder hingehe. Jo, ne, ich bin auch jetzt gestorben. Das bringt nichts. Finde es den nicht. Ich weiß, wie man den findet. Egal. Dafür müsste man auch kämpfen können. Wenn du das kannst, dann können wir da hin. Ich habe schon gesagt, ich habe noch nie kämpfen können. Aber es da auch so doof ist mit der Map. Mich hat es immer angezeigt, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Aber ich war... Egal. Ich hole den jetzt. Ich hole den jetzt. Jetzt hast du mich so fuchsig gemacht, dass du den nicht down kriegst. Dass ich die jetzt hole, da. Ja, machen wir das mal. Das ist ja nicht feierlich, Tim. Kannst du da irgendwie was bauen? Kannst du mit dem Stein zum Schrein bauen, bitte? Da kann ich das hin porten. Kannst du nicht zu diesem Niederauen... Niederauen... Warum nicht? Nein, geht nicht. Nur wenn man stirbt. Ah. Das ist ja krass. Das ist scheiße, schnell warm. Dass ich das wenigstens porten kann. Ah, mich... Wölfe verfolgen mich. Warte mal kurz. So, ich glaube, ich habe die jetzt ausgehebelt. Oh. So, Handwerk. Stein, ich brauche fünf Steine. Ach, nö. So, herstellen. Danke sehr, Inventar. Ach, ich hasse das. So, dann hier noch eine sechs drauf und dann... So. Ich habe an meinem Stammpunkt eine Flamme gesetzt. Sehr schön. Aber dann war mein Instinkt gar nicht mal so falsch, dass ich rundherum latsche, ne? Ich wäre dann auch zu dem Ding, zu dem Eingang gekommen. Nö, ich war schon auf der Hälfte des Weges. So. Ich habe noch nie in diesem Spiel Hexen gesehen. Das ist schon crazy. Wie soll man gegen die überhaupt antreten? Und ich weiß nicht, hier steht... Es steht einfach überall immer Krypto der Erbauer, Krypto der Erbauer. Aber man sieht die halt nicht. Das ist so verwirrend und so... Auf Deutsch gesagt, aber es ist zum Verarschen. Du bist, ich habe mich jetzt eine Prinzessinnenrüstung gemacht. Jetzt geht es nach Aua zu und her. Es gibt nämlich noch einen anderen Trick. Das war, dass man sich da hinbaut. Mit Bogen, glaube ich. Ja, hör mal kurz. Stimmt, wäre noch eine sinnvolle Art. Aber ich kein Bogen dabei. Keine Sorge, wir müssen nur die Hexen totkriegen. Wenn du die Hexen totkriegst, dann... Der Rest ist meins. Warte mal, wir müssen die gar nicht totkriegen. Wir können... Ich kann auch... Till, komm mal hoch zu mir. So, portet dich weg. Nein, ich bin schon am Eingang. Oh, okay. So. So, schubsi wups. Wo muss man überhaupt durch hier? Das ist die nächste Frage, eigentlich. Hä? Ja, mit... Mit den Fäusten zu kämpfen geht gut. Ein Faustkampf hier durchzuführen, funktioniert irgendwie nicht ganz. Oh mein Gott. Du entkommst den Hexen nicht. Man kann nicht mehr hoch? Deshalb musst du einen Tunnel bauen. Stimmt, man kann wirklich nicht mehr hoch, ne? WTFs. Hast du die Hexen besiegt? Na wie jetzt? Wo sind die? Bei mir. Ich brauche von dir nur einen Call, wo die sind. Nein. Jawohl. Am Eingang. Ja, nicht, aber ich habe das Problem mit dem Käfer betrieben. Ich wollte hier noch spawnen. Heilige Maria. Also hier drinnen ist offenbar Party angesagt. Das geht dazu und her hier. Ich habe eine Truhe gefunden. Ich kann die echt nicht so... Ich habe zwar Feuerpfeile, aber keine... Naja. Ich muss kurz raus. Und jetzt bin ich hier wieder beim Refugium der Flammen. Ich checke es einfach nicht. Ich habe gerade andere Probleme aus dem Refugium der Flammen. So, da hin. Bandagen fressen. Den hier fressen. Sind wir jetzt hier bei Prison Break? Ja, sind wir. Oh, ich habe eine Miasma-Zeit-Kapsel-Dingensbums gefunden, wo man die Zeit wieder herstellen kann. Ja, ich bin jetzt wieder bei 5 Minuten. Sehr gut. Wie bist du eigentlich bei den Hexen durchgekommen? Ich bin einfach weitergelatscht. Mehr nicht. Und was gibt es denn hier jetzt? Nichts oder was? Weil ich noch einen von euch... Die ist irgendwo nicht... Was ist das? Nicht effektiv. Naja, dann mache ich nichts. Komm. Scheiß drauf. Also ohne eigentlich generell. Alter, kannst du mal herkommen oder so? Wie denn? Ich bin hier gerade verzweifelt. Ich finde... Ich habe jetzt einen Weg weitergefunden, aber da ist irgendwie auch Ende Gelände. Hä? Die spawnen die Käfer. Nein, die platzen aus den Kapseln raus. So, und hier sind die Hexen. Schau mal, ich bin hier oben. Ne? Komm mal weiter. Ja, hüpf. Till, ich habe ein anderes Scheiß-Problem, weil du die Hexen nicht gedodged hast. Wie machen wir das? Kannst du dir nicht ausmachen mit so einem Typen. Komm mal mit. Die sind doch scheißegal. Ich bin aber hier hinten durchgelatscht. Und jetzt sind wir hier. Oh, zu wenig Leben, ja. Herzlichen Glückwunsch. Du hast gecheckt, wo der Typ ist. Äh, nein. Da geht es dann auch nicht mehr weiter. Doch, doch. Meine Spitzhacke ist weg. Das ist das Problem. Meine Spitzhacke ist einfach down. Die hat keine Effektivität mehr. Toll, Männer, Männer. Wow. Und das geht nicht, ne? Doch, jetzt geht es wieder. Ah, warte mal kurz. Warte mal kurz. Ich bin, glaube ich, doof. Ich bin, glaube ich, wirklich doof. Ich habe, glaube ich, nämlich... Ähm, warte mal kurz. Willst du was? Ich schenke dir mal kurz was. So, haben wir den Schreiner. Jetzt können wir... Guck mal. Ich habe nämlich den Zauberstab. Willst du den haben? Ja, ich habe den geschenkt. Ich habe den, danke. Ich habe den epischen Zauberstab. Jetzt können wir einfach hier rüberjumpen. Wie ist's? Hier gibt es nichts mehr zu holen. Hier ist alles... Das ist... Das ist echt... Das ist echt verwirrend. Also der Eingang hier... Ne. Das ist so scheiße beschrieben. Äh, oder so scheiße angegeben. Ja, ich auf jeden Fall auch. Wie einfach ist das? Ich weiss nicht, wo sein Problem war. Schau mal auf die Karte. Ne, das war jetzt wirklich... Abfangen, Scouts. Das war jetzt wirklich... Da stammt die ganze Zeit vom Spiel. Ja, du hast es bestanden. Du bist da durch. Du bist da. Du bist vor Ort. Und dann schaust du um und hast nichts. Weisst du, denkst dir auch irgendwie... Was ist... Was ist mit dir los? Ja. Du weisst, hab ich gedacht, dass ich zweifle an deinem Verstand. Aber das war nicht dein Verstand. Das war einfach die Quest. Da stammt er. Du bist vor Ort. Du bist vor Ort. Und dann so neben... Total an der falschen Ecke. Aber das ist... Bitte, Entwickler. Mach mal. Oder hast du den schon mal? Nö, den hab ich in Truhen. Der ist nicht mehr in den Truhen. Der sollte in der Truhe sein. Da ist er nicht. Nimm dir Pfeil und Bogen, Till. Dann geht das einfacher nächstes Mal. Ja, der ist weg. Wie jetzt? Ja, das ist, weil wir gestorben sind. Der ist doch bestimmt da noch irgendwo. Ich hab den... Ich hab das Toil wieder aufgesammelt. Guck mal. Ich kann den ja. Ich hab den gebaut. Dann kann ich den jetzt wieder ausrüsten. Komm, da unten ist noch Platz. Aha! Und was macht denn der? Scheiße. Der kriegt einen Ehrenplatz. Draußen. Wie jetzt? Wo ist denn der? Ach so. Das ist ein schönes Dach. Heutzutage darf man nicht wählerisch sein. Ja, du darfst auch wählerisch sein. Du bist einfach... Ich hab mir gesagt. Ich hab mir gesagt, ich mache den Harry Potter. Ich spreche die Wende. Vielleicht können wir jetzt aus Holz bearbeiten. Nö. Du bist jetzt in der Wand. Du... Was? Wie? Hä? Was ist? Wie ging das jetzt wieder? Der hängt in der anderen Wand. Wie jetzt? Wie jetzt? Hä? Wir haben, glaube ich... Houston, wir haben... We have a problem here. Wo ist der? Ich fühle mich...